Hat jemand von euch ein Malbuch zuhause? Jaaa! Hat jemand von euch ein Zauermalbuch zuhause? Jaaa! Soll ich euch mal zeigen, wie das funktioniert? Jaaa! Das schaut eigentlich aus wie ein ganz normales Malbuch. Hier mit Vögel drin, ein Eichhörnchen, ein Aswort, ein Jöbel, ganz viele Diäte. Ja, wenn man da Farbe reinzaubern möchte, jeder von euch hat Farbe am Tische, oder? Jaaa! Okay, jeder mal die rechte Hand hoch. Wer nicht weiß, was die rechte Hand ist, das ist die rechte Hand. Hat jemand die rechte Hand? Sagt Jaaa! Jaaa! Jetzt geht ihr mit der rechten Hand am T-Shirt hin und mit Farbe wieder hoch. Hat jeder Farbe in der Hand? Jaaa! Sehr gut! Kennt auch jeder diese Farbe? Jaaa! Oh, ich möchte mal, dass ihr die Farbe hier ins Buch werft und ganz laut hin die Farbe ruft. Okay? Bei drei und dann die Farbe ruft. Eins! Bei drei wird es noch nicht werfen! Eins! Zwei! Drei, drei und then! Jawoll! dog4 Hatt ihr die Farbe reingemalset? Naaaa! Ich schau mal deina of's aus gemalt ist. lifkowol, das ist aus gemalt! Dankeschön! Wieür ist das? Wollt ihr es sehe? Jaaaa! Hatt ihr jetzt alles aus gemalt? Jetzt machen wir mal noch was ganz Lustiges. Jetzt machen wir mal aus diesem Eisbären, der ist ja weiß, eine Braunbär. Oder auch in eine andere Farbe. Dann zaubern wir einfach in eine andere Farbe. Und in der Luft ist überall Farbe. Jeder schnappt sich eine Farbe. Hat jeder eine Farbe? Ja! Kennt auch jeder diese Farbe? Ja! Okay, bei drei reinwerfen und ganz laut die Farbe rufen. Okay, bei drei! Eins, zwei, drei! Der hat jetzt weiß angeworfen. Das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Soll ich euch mal zeigen, was passiert, wenn zu viel weiß dabei ist? Schaut hier. Und ist das Buch leer. Weiß ist mir wie ein Radiergum. Könnt ihr mir vielleicht helfen, die Zeichnungen wieder reinzuzaubern? Ja! Ja! Jeder schnappt sich eine Schwarz! Ja! Hat jeder eine Schwarz! Ja! Ja! Okay, mit wirklich, aber auch wirklich jeder eine Schwarz! Ja! Okay, bei drei! Ja! 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 Mach dir das auch mal! Ja! 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 Die Zeichnungen sind wieder drin! Dankeschön! Ja! Ja! Los geht και τα inne! Hey, dankeschön.